Du lebst dein Leben? Unauffällig, normal. Aber die Wahrheit lässt sich nicht ewig vor dir verstecken. Es gibt eine Welt, verborgen in der unseren. Uralt. Geheim. Gefährlich. Du bist keine Mundi. Was ist eine Mundi? Jemand aus der Menschenwelt. Wenn ich kein Mensch bin, was bin ich dann? Die Menschheit steht unmittelbar vor ihrer Vernichtung. Ich jage Dämonen in den unterschiedlichsten Formen überall auf der Welt. Und der Schlüssel zu unserem Überleben liegt in deinen Händen. Um deine Bestimmung zu erfüllen, musst du deine Vergangenheit entschlüsseln. Deine Mutter war eine Schattenjägerin. So wie er. Und wie du. Und deine wahren Kräfte entdecken. Das ist eine Rune. Rune machen dich unsichtbar, stark. Sie heilen dich. Was willst du mit ihr? Sie ist anders. Sie wird uns allen den Tod bringen. Ein Kampf gegen das Böse kann niemals gewonnen, aber muss immer ausgetragen werden. Es sind so viele. Hab ein bisschen Vertrauen. Die Welt wird uns gehören. Die Rune, die ein gebrochenes Herz heilt, ist die schmerzhafteste. Du hast eine unglaubliche Gabe. Wir brauchen dich. Ich brauche dich. Die Geschichten, die man dir erzählt hat über Monster, Albträume, sie sind alle wahr. Die Geschichten, die man dir erzählt hat über Monster, Albträume,